Neben mir steht der günstigste Fernseher von Samsung aus dem aktuellen Modellprogramm diesen Jahres. Das ist das Modell BU8079 und wir haben uns im Test mal angeschaut, wo da die Stärken liegen und wo man angesichts des Preises auch Kompromisse eingehen muss. Samsung bietet die Modellreihe BU8079 gleich in acht verschiedenen Bildschirmgrößen an. Neben uns im Test steht das fast mittlere Modell GU55 BU8079. Das heißt 55 Zoll groß, also mit 1,40 Meter Bildschirmdiagonale. Die anderen Größen sind technisch praktisch gleich, sodass alles, was wir hier jetzt im Video sagen, auch für die anderen Modellgrößen gilt. Was zuallererst auffällt bei dem Samsung BU8079, das ist das super flache Design. Der Fernseher ist insgesamt gerade mal 2,6 Zentimeter dick an seiner aller dicksten Stelle und die Rückwand ist so ganz, ganz leicht gewölbt. Das heißt, an den Rändern ist er noch ein bisschen schmaler. Das sieht ziemlich lecker aus und das ist man in dieser Preisklasse eigentlich gar nicht so gewöhnt. Auch der Kunststoffrahmen außenrum um den Bildschirm ist schön schmal. So nimmt der Fernseher nicht mehr Platz weg als unbedingt nötig. Und der Bildschirm ist auch schön vorne bündlich eingelassen. Das sieht schon ganz lecker aus. Und die flache Bauweise bringt es natürlich am meisten, wenn der Fernseher an der Wand hängt. Dazu gibt es dann wie üblich in der Rückseite die Gewindebohrungen für Standardwandhalterungen. Weser 200x200 ist das hier in dem Fall. Und so lässt sich der Fernseher auch problemlos an der Wand aufhängen. Die beiden mitgelieferten Standfüßchen sind ebenfalls schön durchdacht. Die lassen sich in zwei verschiedenen Höhen montieren. Dann ist der Bildschirm entweder 4 cm hoch, so wie jetzt hier im Video. Oder ein bisschen höher, sodass man etwa 6 cm Platz hat für eine Soundbar unterm Bildschirm, sodass die nicht ins Bild reinragt. Die Bildschirmtechnik des Samsung BU8079 ist vergleichsweise konventionell, was in dieser Preisklasse auch nicht anders zu erwarten ist. Samsung spricht da zwar von Crystal UHD, aber dahinter verbirgt sich mehr oder weniger die ganz normale LCD-Technik. UHD wegen der UHD-Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten, was auch 4K genannt wird. Und das Crystal davor, das mag für Liquid Crystal Display stehen, also für LCD, oder für das LED-Backlight, was eben mit Halbblätterkristallen arbeitet, wie auch immer. Das ist ein LCD-Bildschirm, das ist eine bewährte Technik und das muss auch nicht schlecht sein. 100 Hertz oder andere Finessen beim Bildschirm gibt es in dieser Preisklasse nicht. Aber im Test hat uns der LCD-Bildschirm vom Samsung BU8079 durchaus überzeugt. Der Kontrast ist ziemlich hoch, 400.000 zu 1 haben wir da etwa gemessen. Die Helligkeit reicht mit knapp 300 Kandler pro Quadratmeter für normalen Betrieb eigentlich aus. Und die Farben zeigt der Bildschirm recht natürlich. Es gibt so einen leichten Stich ins Rosige, aber im Wesentlichen ist die Bildqualität sehr ordentlich. Kleiner Hinweis noch nebenbei, wir haben im Test den Bildmodus Filmmaker-Mode genutzt. Das ist der Modus, in dem der Fernseher von Werk aus die besten Farben hat oder auf die natürlichsten Farben eingestellt ist. Wie bei aktuellen Fernsehern üblich, kann auch der neue Samsung BU8079 HDR-Filme wiedergeben. Die es immer häufiger bei Streaming-Angeboten gibt, also bei Netflix, bei Amazon Prime Video, bei Apple TV und so weiter. Oder HDR ist auch zum Beispiel fürs Gaming interessant, weil immer mehr Spiele auch mit dieser HDR-Technik kommen. Das heißt, da stecken mehr Farben drin, da steckt ein größerer Kontrastumfang drin. Und bei so günstigen Fernsehern kommt es immer darauf an, dass der Fernseher diese Bilddynamik dann auf die Möglichkeiten seines Bildschirms eindampft. Und das macht der Samsung sehr gut, sodass keine Bildinhalte wirklich verloren gehen, keine Zeichnungen in dunklen Ecken oder das in hellen Bereichen nichts überstrahlt. Das klappt sehr manierlich, nur darf man natürlich jetzt bei HDR bei dieser Preisklasse kein besonders knalliges oder kontraststärkeres Bild erwarten. Schön ist bei dem Bildschirm noch die leicht mattierte Oberfläche. So ist der recht gut entspiegelt und damit eben auch in hellerer Umgebung nutzbar. Und was dann auch praktisch ist, ist der eingebaute Lichtsensor, mit dem der Fernseher die Bildhelligkeit an die Umgebungshelligkeit anpassen kann. Diese Einstellung verbirgt sich unter Energiesparen im Menü und ist absolut empfehlenswert, weil dieser Regler auch gut ausgelegt ist. Insgesamt ist die Bildqualität für diese Preisklasse richtig gut. Da gibt es nur ganz wenige Fernseher, die mit dem Samsung da annähernd mithalten können. Und ich glaube nicht, dass es einen gibt, der da besser ist in der Bildqualität. Leichte Abstriche muss man dagegen beim Ton machen, was jetzt auch nicht großartig verwundert bei der Preisklasse. Der ist bei dem Samsung eher so mittelprächtig. Bässe gibt es da kaum. Es klingt ein bisschen nasal verfärbt und quäkig. Allzu laut kann man den auch nicht drehen, aber für Nachrichten, für Talkshows und so weiter, da reicht das aus. Und wer mehr möchte für Actionfilme, für große Sporterlebnisse und so weiter, der schließt halt eine Soundbar an. Bei den Anschlüssen hat Samsung auch ein Stück weit gespart. Es gibt zum Beispiel keinen Kopfhörerausgang, der ja zum Beispiel auch zum Anschluss an eine Stereoanlage manchmal ganz hilfreich sein kann. Aber gibt es ja leider nicht. Es gibt den optischen Ausgang, für den es immer weniger Geräte gibt, die daran passen. Aber ansonsten gibt es eben drei HDMI-Anschlüsse. Und einer davon dient eben per ARC, per Audi-Rückkanal. Auch als Audioausgang zum Beispiel für Soundbars oder für AV-Receiver. Und über den Anschluss kann dann der Samsung auch zum Beispiel das Raumklangverfahren Dolby Atmos rausgeben. Das können ältere Modelle nicht. Ansonsten finden sich auf der Rückseite noch zwei USB-Anschlüsse. Die dienen vornehmlich zur Medienwiedergabe. Denn eine Aufnahmefunktion, dass ich halt eine USB-Festplatte anschließe und damit Fernsehsendungen aufzeichnen kann, die bietet Samsung in dieser Preisklasse leider nicht an. Kleines Manko noch bei den Anschlüssen. Der optische Ausgang und einer der drei HDMI-Anschlüsse sind so auf der Rückseite angebracht, dass die Kabel senkrecht abstehen. Das heißt, wenn der Fernseher an der Wand hängt, sind die einfach im Weg. Das heißt, wer den Fernseher möglichst nah an der Wand aufhängen möchte, muss dann eben auf einen HDMI-Anschluss und auf den optischen Ausgang verzichten. Wie praktisch alle aktuellen Fernseher ist auch der Samsung BU 8079 ein Smart-TV, hat also Netzwerkanschluss und WLAN. Das Schöne bei Samsung ist, die haben ihr eigenes Betriebssystem, was zum einen die Bedienung ein Stück weit vereinfacht oder eine sehr geschlossene Benutzeroberfläche ergibt, wo Fernsehen und Streaming-Angebote schön miteinander verwoben sind. Und es gibt ein sehr, sehr breites Angebot an Streaming-Apps. Das umfasst jetzt nicht nur die großen Klassiker wie Amazon Prime Video, Netflix und Apple TV oder Disney Plus, sondern es sind auch kleinere Anbieter dabei, wie zum Beispiel Netzkino. Oder es ist auch Sky vertreten, sowohl mit SkyQ, was also als App passend zum Sky-Receiver genutzt werden kann, so dass dann der Fernseher ein Zweitfernseher ist. Und auch mit SkyTicket, wo ich dann eben Sky nur monatlich bezahlen muss und keinen Receiver brauche. Damit man sich in dieser Streaming-Vielfalt mit den ganzen verschiedenen Anbietern und mit Mediatheken und was es so alles gibt, damit man sich da gut zurechtfindet, hat Samsung sich einiges einfallen lassen. Und da ist zum einen eine Sprachsteuerung, eine Sprachsuchfunktion. Da kann man sich aussuchen, ob die mit der Samsung-eigenen Assistentin Bixby arbeitet oder ob auf Tastendruck dann Alexa oder der Google Assistant wach werden. Das ist ein Stück weit Geschmackssache und hängt auch davon ab, was man alles mit der Sprachsteuerung machen will. Die Samsung-eigene Bixby eignet sich eigentlich für die Steuerung des Fernsehers oder für die Suche nach Inhalten, nach Filmen, nach Serien usw. ziemlich gut. Die kann auch den Fernsehsender umschalten und was dann ganz nützlich ist, wenn ich ein Programm aufrufen möchte, was ich nicht täglich anschaue und was nicht ganz vorne in meiner Senderliste ist. Einziges Manko dabei, die Sprachsuche ist jetzt nicht die allerschnellste. Man braucht ein bisschen Geduld. Das heißt, Dinge, die sofort vorne im Startmenü liegen usw., die kann man genauso gut mit der Fernbedienung ansteuern. Im Zweifel kann man es versuchen mit der Sprachsteuerung, ob man damit schneller klarkommt. Außerdem bietet Samsung im neu gestalteten Startmenü, in dem Homescreen, eine ganze Reihe Empfehlungen. Da sind wir normalerweise immer ein bisschen skeptisch, weil die Empfehlungen oftmals eher Werbung gleichen und nicht unbedingt maßgeschneidert sind auf das, was einen wirklich interessiert. Das ist ein Stück weit bei Samsung nicht anders. Aber was da zumindest besser ist als bei anderen Anbietern, ist, dass sich diese Empfehlungen aus viel mehr Quellen speisen, als wir es bislang bei anderen Plattformen gesehen haben. Das heißt, man sieht jetzt nicht nur die Empfehlung oder die Werbung für meinetwegen Amazon oder Netflix oder Disney, sondern auch Tipps aus Mediatheken und anderen Gratisangeboten. Und das Einzige, was man noch verbessern könnte, wäre, dass man sich auswählen kann, was der Fernseher dann tatsächlich anzeigt, sodass man dann nur die Dinge sieht, die man auch abonniert hat. Das wäre noch so das Sahnehäubchen obendrauf. Aber so kriegt man zumindest beim Durchscrollen über den Homescreen einen recht guten Überblick über das Angebot, was es eben bei den verschiedenen Streaming-Anbietern und in Mediatheken gibt. Auch da merkt man ein Stück weit den günstigen Preis, denn bei den ganzen Smart-TV-Funktionen, beim Durchscrollen durch das Angebot, da ist der Samsung BU 8079 nicht der allerschnellste. Das klappt mit teureren Samsung-Fernsehern zackiger, aber im Angebot an sich, in der Angebotsbreite, unterscheiden sich die Modelle nicht. Da bietet vielleicht der kleine oder der günstige Samsung schon das gleiche Programm wie auch die teureren Modelle. Die Bedienung klappt dank logischer Menüs ziemlich intuitiv und da gewöhnt man sich schnell daran an, die ganze Funktionsvielfalt und wie man sich durch das Menü durchzubewegen hat. Und dabei unterstützt auch die kleine Fernbedienung. Die hat nur ganz, ganz wenige Tasten. Das heißt, man muss da eigentlich nie hingucken. Der Daumen findet eigentlich fast automatisch die richtigen Tasten, zumal auch die Wippen für Programmwechsel und Lautstärke mit dem Daumen erst recht blind zu finden sind. Und noch ein schönes Extra. Die Fernbedienung hat auf der Rückseite eine kleine Solarzelle, sodass der eingebaute Akku sich damit bei Tageslicht leicht aufladen lässt. Und wenn doch mal das Licht nicht ausreichen sollte oder wenn man vergessen hat, zwischendurch mal die Fernbedienung mit den Tasten nach unten auf den Tisch zu legen, kann man zu Not auch über USB die Fernbedienung wieder auftanken. Aber Batteriewechsel ist nicht nötig. Das heißt, es kommt noch nicht vor, dass man fernsehen möchte und es sind keine Batterien mehr im Haus. Insgesamt zeigte der Samsung BU8079 im Test durchaus Schwächen, wenn auch keine wirklich gravierenden Mängel. Dazu zählt zum Beispiel bei den Anschlüssen der fehlende Kopfhörerausgang, einen analogen Videoeingang gibt es ebenfalls nicht und manch einer wird auch die USB-Aufnahmefunktion vermissen. Das wiegt die ansonsten sehr gute Ausstattung gerade im Streaming-Bereich wieder auf. Da gibt es den Zugriff auf alle erdenklichen Mediatheken, auf Streaming-Angebote noch und nöcher, sodass man eigentlich kaum die fehlende Aufnahmefunktion vermisst. Zu den Stärken gehört auch das recht kontraststarke Bild mit einigermaßen natürlichen Farben. Das ist für diese Preisklasse kaum zu schlagen. Und an die Bedienung hat man sich trotz der vielen Funktionen schnell gewöhnt, zumal eben auch die kleine Fernbedienung sehr handlich ist. Dass am Ende auch das Design mit seiner flachen Bautiefe vergleichsweise edel und sehr außergewöhnlich ausfällt, das rundet das Ganze noch schön ab. Untertitelung des ZDF, 2020